Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal die Lisk-Square-Approximation anschauen. Also eine Approximation, keine Interpolation, bedeutet, wir haben einen Polynom-Ansatz zum Beispiel. Der muss nicht die gleiche Ordnung haben wie unsere Messpunktanzahl minus 1, sondern wir können quasi einen frei beliebigen Grad unserer Funktion aussuchen. Es könnte sogar was anderes als ein Polynom sein, wie zum Beispiel eine Sinus-Funktion oder ähnliches. Und der Vorteil einer Approximation ist, neben des frei wählbaren Grades natürlich auch und damit einer geringeren Ordnung des Systems, dass wir auch sehr verrauschende Messwerte nehmen können, weil wir eben nicht durch die Messwerte exakt hindurch gehen. Schauen wir uns erstmal das Vorgehen bei diesem Verfahren an. Es ist so quasi das Standard-Approximationsverfahren. Ich meine, Lisk-Square, der Name sagt schon, geringster quadratischer Abstand im Endeffekt zu allen Messpunkten, den wir da erreichen wollen. Und der Ansatz ist im Endeffekt, ich habe erstmal gegeben, N-Messwertpaare, die eben jetzt hier mit UI und YI bezeichnet sind. UI die Stützstelle, YI der Messwert. Und was ich jetzt eben machen muss, ist erstmal ein Signalmodell aufstellen, das dann eine gewünschte Ordnung von mir hat. M, wir erinnern uns, das M wäre jetzt bei einer Interpolation N-1. Also wer die Interpolation nicht kennt, gerne in jeden Infobox schauen, haben wir auch Videos dazu gemacht. Hier ist das M der Ordnung frei wählbar, bedeutet, wir können ein Polynom Erster, Nullter, Zweiter, Dritter und so weiterer Ordnung wählen, wie wir es eben möchten. Falls wir einen Interpolationsansatz, äh, einen Approximationsansatz mit Interpolation, mit, Entschuldigung, falls wir einen Approximationsansatz mit Polynom machen wollen. Ähm, und dann sieht eben der Ansatz wie folgt aus. Wir haben hier im Endeffekt eine Funktion, die im Endeffekt unsere Approximation darstellen soll. Die besteht aus Basisfunktionen, V0, V1, V2 bis Vm-1 bei M der Ordnung. Und eben Koeffizienten. Und die wollen wir im Endeffekt bestimmen, die Koeffizienten. Die Basisfunktionen überlegen wir uns ja frei, willkürlich. Die können zum Beispiel hier, ähm, 1 sein, hier x, äh, das ist ja u, hier u sein, hier u² sein, ähm, hier u hoch 3 oder so. Das können wir quasi uns frei aussuchen. Da hätten wir auch u hoch 5, u hoch 9 oder meinetwegen Sinus von u oder ähnliches wählen können. Das ist, ähm, frei selbstentscheidbar, wie man es möchte. Wichtig ist dann nur für die jeweilige Approximation eben diese Koeffizienten ausrechnen zu können. Und das macht dieser least square Ansatz im Endeffekt. Was wir nämlich machen, ist, dass unsere Approximation ja jetzt nichts anderes ist als unsere, ähm, Basisfunktionen, die wir hier als Matrix darstellen können, multipliziert mit einem, ähm, ja, mit einem, ähm, ähm, ja, mit einem, ähm, ähm, Vorfaktorkoeffizienten, der jetzt hier als Vektor dargestellt ist. Wenn wir das Ganze also ausrechnen, haben wir m Messwerte und dementsprechend auch, ähm, ja, ja, m Stützstellen, die wir hier einsetzen können, beziehungsweise bis m-1, wenn wir bei 0 anfangen, und auch m-1, ähm, ja, Koeffizienten a0 bis a m-1. Das sind dann also im Endeffekt m Koeffizienten von a0 bis a m-1. Und, ähm, wie das jetzt funktioniert, der Minimierung, da würde ich verweisen auf die Literatur. Ist eigentlich nicht schwer herzuleiten. Da muss man im Endeffekt einfach diese Funktion hier partiell ableiten, also quasi das Minimum bestimmen, ähm, was bei einer, ähm, Matrix vom Ansatz tatsächlich recht ähnlich funktioniert, wie auch bei einer, ähm, ja, äh, sag mal, eindimensionalen Funktion. Da würde ich jetzt aber auf die Literatur verweisen, sonst würde das ein bisschen das Video sprengen. Wenn das gewünscht ist, kann ich auch nochmal ein separates Video dazu machen. Allerdings, wenn man eben, ähm, den optimalen Ansatz wählt, also im Endeffekt die Minimierung des Least-Square-Schätzers so wählt, dass man eben die Parameter a0 bis a m-1 bestimmt nach dem Verfahren, dann kommt man eben auf hier diese Übertragungsfunktion, sage ich mal. Also im Endeffekt unsere Vektor a kann man berechnen, indem man unsere Basisfunktionsmatrix, ähm, transponiert und mit der Basisfunktionsmatrix, ähm, multipliziert. Diese Gesamtmatrix, die da rauskommt, invertiert und nochmal mit der transponierten multipliziert und da multiplizieren wir dann im Endeffekt unseren Ausgangsvektor, unsere, äh, ja, Messgrößen dran. Und, ähm, dann ergibt sich eben unsere Koeffizienten, äh, ergeben sich unsere Koeffizienten a und die sind ja eben gesucht. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze mal ein Beispiel machen, ich denke, das war jetzt relativ abstrakt, dann können wir uns mal anschauen, wie funktioniert das Ganze und wir haben ja hier im Endeffekt immer ein paar Stützstellen gegeben, das wären die U's und ein paar Messwerte, das wären die Y's und wenn wir die gegeben haben, dann können wir daraus im Endeffekt unsere Berechnung machen. Hier steht jetzt, approximieren Sie die Werte durch ein Polynom zweiten Grades, dass wir jetzt zufälligerweise genau auch drei Stützstellen, also M minus 1 wäre jetzt 2 haben, ist hier wirklich Zufall. Wir hätten auch sagen können, approximieren Sie es mit einem ersten Grad oder fünften Grad oder, ähm, wie auch immer wir das wollen, das ist tatsächlich frei wählbar an der, an der Stelle. Gut, wir erkennen also schon mal, ähm, wir sollen das anhand dieses Polynoms hier approximieren. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann stehen die Basisfunktionen ja immer vor den Koeffizienten, also im Endeffekt, wenn wir das in Basisfunktionsschreibweise schreiben, dann ist das ja a0 mal phi0 von U plus a1 mal phi1 von U plus a2 mal phi2 von U und wenn wir das Ganze jetzt natürlich koeffizientenvergleichsmäßig machen, dann sehen wir, okay, phi0 von U ist hier im Endeffekt eine 1, also die steht ja bei einer Multiplikation immer da dran, das heißt, ähm, phi0, ups, phi0 von U ist gleich 1, phi1 von U wäre dann hier dieses U und U² ist dann phi2 von U. Ja, das heißt, wir haben im Endeffekt unsere, ähm, Basisfunktionen, mit denen wir jetzt eben approximieren wollen, aufgestellt. Zudem wissen wir, ähm, dass laut unserer Tabelle, die wir hier oben haben, ähm, unsere U-Werte U0 ist gleich 0, U1 ist gleich 10 und U2 ist gleich 20 wählbar sind, oder vorhanden sind und damit können wir jetzt auch schon unser finales, ähm, ja, sagen wir mal, Konstrukt ausstellen. Wir sagen ja, Y-Dach ist im Endeffekt phi multipliziert mit a und das sind Vektoren, ne, und Matrizen, das heißt, unser Y-Dach sind im Endeffekt unsere Y-Werte, die wir gerne haben würden, 10, 50, 10, also an die wir auch am nächsten Rand approximieren möchten, multipliziert mit unserer Matrix phi und das multipliziert mit unserem a und a war ja im Endeffekt unbekannt, das ist also a0, a1 und a2 und die wollen wir rauskriegen. Und das phi, das war ja jetzt im Endeffekt nichts anderes als phi 0 von U0, phi 0 von U1 und phi 0 von U2, ähm, ne, Entschuldigung, das war genau falsch rum aufgeschrieben, die kommen nach unten, so rum, hier an der Stelle, ups, ein bisschen falsch skaliert, und dann kommt das nächste, phi 1 von U0 und phi 2 von U0, phi 1 von U1, phi 2 von U1, phi 1 von U2 und phi 2 von U2. Ja, und das kann man ja jetzt relativ einfach einsetzen, wir kennen unsere phi's und unsere u's, setzen wir das also ein, dann kommen wir im Endeffekt raus, wieder bei 10, 50, 10, ist gleich und dann eben eingesetzt, gut, phi 0 ist immer 1, weil da steckt ja kein u drin in unserer Funktion, das heißt, im Endeffekt kommt hier ein 1, 1, 1 raus, egal, was ich da als u-Wert einsetze, phi 1 von U0 ist ja im Endeffekt phi 1 eingesetzt in U, das heißt also, U0 war 0, dann U1 war 10 und U2 war 20, ja, ich muss einfach die Werte in U einsetzen, und das nächste ist U², das heißt, ich muss also hier diese Spalte einfach quadriert rechts daneben schreiben, das ist 0, 100, 400, und dann wieder meine Koeffizienten, die ich bestimmen möchte, und schon haben wir quasi unsere sinnbildliche Darstellung, sage ich mal. Und wie bestimme ich jetzt die a's so, dass ich eben minimiert bin? Das kann ich relativ simpel, indem ich eben a ist gleich und dann phi transponiert mal phi, das war ja unser Moore-Penrose-Pseudoinverse, mal phi transponiert mal y-Dach, und das kann man dann also im Endeffekt aufstellen, da muss man sich im Endeffekt nur schrittweise eben die einzelnen Elemente bestimmen, also wenn wir jetzt zum Beispiel phi transponiert bestimmen sollen, aber das war jetzt natürlich nicht so schön geschrieben, Entschuldigung, phi transponiert bestimmen sollen, dann heißt das ja einfach, Zeile wird zur Spalte, Spalte zur Zeile, also die erste Zeile, äh, die erste Spalte wird zur ersten Zeile, die zweite Spalte wird zur zweiten Zeile und so on, also das heißt im Endeffekt haben wir dann hier 0, 10, 20 stehen, 0, 100, 400 stehen, und haben dann unsere, ähm, transponierte. Was jetzt folgt, ist meistens Fleißarbeit oder eben Taschenrechner-Tipperei, deswegen, wenn das drankommt, dann meistens nicht in der Größenordnung in der Klausur, wie ich es jetzt hier gemacht habe, aber wenn man das Ganze jetzt auseinander, ähm, ja, ich sag mal, ähm, ausrechnen möchte, dann muss man jetzt die transponierte mit der, ähm, Phi-Matrix multiplizieren und das invertieren, das kann ein Taschenrechner, das kann man aber auch gut per Hand, ich hab's jetzt mal vorher schon gemacht, da kommt dann 25 mal 10 hoch minus 8 multipliziert mit 4 mal 10 hoch 6 raus, dann minus 6 mal 10 hoch 5 und 2 mal 10 hoch 4 in der ersten Zeile, hier oben kommt minus 6 mal 10 hoch 5 raus, dann kommt bei dem, äh, bei dem nächsten dann 28 multipliziert mit 10 hoch 4 raus, dann minus 12 mal 10 hoch 3, dann 2 mal 10 hoch 4, also das hab ich einfach im Vorhinein quasi schon gemacht, nicht wundern, das mach ich jetzt gerade nicht im Kopf, und 6 mal 10 Quadrat, und das wäre dann im Endeffekt dieser Teil hier, ja, also das war jetzt hoffentlich für alle verständlich, das war keine Transferleistung, sondern einfach nur abschreiben, ähm, und dann kann ich mir im Endeffekt a ausrechnen, indem ich die Matrizen miteinander multipliziere, das wäre jetzt die, die ich gerade ausgerechnet habe, also hier die im Endeffekt copy-and-pasten, ähm, dann das multipliziert man ja im Endeffekt mit phi transponiert, also mit dieser Matrix hier, also duplizieren, auch mit multiplizieren, und das Ganze soll man dann bitte multiplizieren mit unserem Ausgangsvektor y, das sind 10, 50 und 10, und dann kann man das Ganze ausrechnen, und wenn man das einsetzt, dann kommt man da auf 10, 8 und minus 0,4, und hat damit im Endeffekt seine idealen Parameter a berechnet, und kann damit sagen, okay, ich habe jetzt eine Approximation gefunden, y' von u ist ja im Endeffekt, sehen wir hier oben, kann ich nochmal draufgehen, hier diese Funktion, können wir auch mitten runternehmen, a0 plus a1u plus a2u², das heißt y' von u ist in dem Fall 10 plus 8u minus 0,4u², und diese Kurve, die approximiert am besten die drei gegebenen, hier gegebenen Stützpunkte, also es ist im Endeffekt eine quadratische Funktion, ähm, die diese, ja, Stützpunkte am besten, Stützpunkte und Messwerte am besten mit dem least square, ähm, ja, approximiert. Ist jetzt hier ein Sonderbeispiel, weil bei drei Punkten und einer quadratischen Funktion wird das natürlich immer genau durch die drei Punkte laufen, ähm, wäre tatsächlich nicht der Fall, wenn ich jetzt erste Ordnung oder andere Ordnung zum Beispiel gewählt habe, aber damit das Beispiel jetzt hier nicht noch mehr ausartet, wollte ich das mal bei dem belassen, ich hoffe, das war halbwegs verständlich, falls nicht, dann natürlich gerne in die Kommentare schreiben, auch ansonsten hier dieses Vorgehen nochmal verinnerlichen, das hilft ganz gut, oder eben die Videos zur Interpolation gucken, ansonsten, wie gesagt, wenn es Fragen gibt, ab in die Kommentare und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.